Servus Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf meinem Kanal. Ich möchte euch heute ein spannendes neues Projekt vorstellen. Das Ganze steht schon seit bestimmt zwei Jahren im Raum und ist jetzt endlich Realität geworden, nämlich Jura Clients, jetzt auch auf YouTube. Das Ganze ist ein Kanal, gestartet vom Gruber Tobi und mir. Und das Ziel ist es, mit der Unterstützung von möglichst vielen anderen, die Kletterei hier im Regensburger Eck- und Altmüttal zu dokumentieren. Die Kletterhistorie, Kletterrouten und vieles mehr. Schaut auf jeden Fall bei dem Kanal vorbei, abonniert ihn, wenn ihr euch für die Klettergeschichte in Deutschland oder einfach nur coole Klettervideos interessiert. Das erste Video kommt heute Abend online. Da haben der Tobi und ich den Bauer Simon im Kanal im Rücken, den ersten Zehner der Welt, gefilmt. Und ich muss ganz ehrlich sagen, dass das echt mein stolzestes Filmprojekt bis jetzt geworden ist. Wenn ihr Ideen für Videos habt, Filmmaterial habt oder gefilmt werden wollt, dann setzt euch auf jeden Fall mit uns in Kontakt. Dann schauen wir, was wir machen können. Dabei ist es egal, ob siebter Grad oder zehntter Grad. Wichtig ist uns dabei, die Klettersehne als Ganzes zu repräsentieren. Ja, was ändert sich jetzt hier auf meinem Kanal? Sportklettervideos werden in Zukunft alle auf dem Euroclimbs-Kanal kommen und auch die alten Videos werden da langsam hinmigrieren. Bergtouren werde ich hier natürlich weiter festhalten. Wir haben auch einige ambitionierte Meersailängen- und Hochtourenprojekte. Und ich kann es eigentlich schon gar nicht mehr abwarten, da wieder in die Berge zu kommen und die Touren dann auch, wenn es sicher gibt, mit euch zu teilen. Genau, schaut auf jeden Fall bei Euroclimbs vorbei. Lasst ein Abo da, wenn euch dieser Inhalt interessiert. Und dann bis zum nächsten Mal. Ciao! Ciao!